Alter, wie schnell die alle laden. Ich ess grad nen Arsch mit Ohren. Willkommen bei Loi. Junge. Kennt ihr Arsch mit Ohren? Das ist Haribo, ohne Scheiß. Müssen wir euch müde zeigen. Früher hießen die Arsch mit Ohren und mittlerweile heißen die noch AR mit Ohren. Nee, die heißen nur AR mit Ohren. Nicht zu fassen. Warum? Haben die ihnen gesagt, dass das zu anstößig ist? Ja, weil mein Arsch. Ich sag. Ja! Mein Skin wurde ausgewählt. Gott sei Dank. Meiner nicht. Willst du ein Arsch mit Ohren? Junge. Ich krieg Albträume. Wer ist denn auf der Top-Lane eigentlich? Von der ersten. Futur, ne? Dass ihm Ohren am Arsch wachsen. Alter, was für... Ich bin Top, ja. Das wär echt schlimm. Das ist ein... Ein Titel für mein nächstes Kinderbuch in Sims. Arsch mit Ohren? Was für Hupen? Ach so. Der Albtraum Arsch mit Ohren. Na gut. Oder? Was hatte ich jetzt vor? Was hatte ich jetzt vor? Genau. Dolan. Oder der Angriff der... Arsch mit Ohren. Und man kriegt so dann... Mehr Soß. Oh, Mundo wird schon ne harte Wurst. Wurst. Iiii, Alter. Was ist das für ein Skin? Was denn? Ja. Guckt ihr das auch an. Meinst du Luina? Permanent. Äh, äh. Die hat voll die Hupen auf dem Splash. So cool. Du musst gleich mal auf die Sounds hören. Wenn die sich zum Beispiel backboardet. Ja. Die, die, die Luina hier? Was isst du da schon wieder? Ich? Ja. Arsch mit Ohren. Ach ja, stimmt. Hört man das? Bin ich am schmatzen? Ja, voll. Ich darf jetzt kein Essen, weil ich das Mikro am Maul hab. Ich bin total jelly. Guck mal, die hupen. Findest du das nicht ein bisschen unfair? Mit Gonnys hupen. Da ist Spaß garantiert. Ja, guck mal, Paschka. Äh, 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 äh. Was? Hihihi. Wie sieht das denn aus? Oh mein Gott. Ich hab Angst. Aber tanzen tut die doch bestimmt immer noch so wie sonst, oder? Ja. Ja. Wie eigentlich jetzt Herzchen und so Liebesküsse, so? Hupen. Hupen zum Puppen. Mö, Pies, Mö, Pies. Sie hat nen Gameboy an der Hälfte. Echt jetzt? Ja, Mann. Echt wie irre. Mit? Jake. Geil. Annabella, Jake. That, thing. Ja. Und dann verkacken wir mal heute im Last Hitten. Jihah. Oh, fuck yeah. Was jetzt? Wo ist Jih? Hä? Jihah. Hei hei hei. Klerz. 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 Und ab geht's. Viel Spaß mit dem... Dankeschön. Klerz, Mann. Klerz. Klerz. So, Pazka, ich warte mal oben. Schmerz. Nein, ich muss den noch kriegen. Nein, ich werde den verpassen. Shit. Das fiel, wenn man das erste Creep verpasst und dann im Prinzip schon der Flow raus ist. Was? Ich hab jetzt an der ganze Zeit auch... Ich hab jetzt an der ganze Zeit auch... Ich bin der Top. Ach shit. Nee, da wird's schwieriger mit den Last Hits. Bei Mundo. Also Mundo zu Last Hits meine ich. Der hält so viel aus. Klerz. Klerz. Oh, sorry. Nicht hier und treibt's keine. Aber das spricht sich so lecker aus. Klerz. Lecker. Klerz. Bis zur Unendlichkeit. Verdüselt. Noch viel Klerz. 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 Ich wärs okay, we do, oh oh. Show me go up. Ach ja, der Dirty ist am Start, den kennt er noch nicht. Was? Soll ich kommen? Wohin? Nein, ich hab dich nur nachträglich ne? Begrüsst. Nominiert? Ich verstehe nix, ich muss mal kurz irgendwas leisemachen. Der Futures bei mir immer so leise. Nein, ich hab nur gesagt, dass du am Start bist, weil die Leute dich ja eigentlich nur von Arma kennen. So, ja, guten Tag Der Dirty. Talk Dirty to me. dddddddna oh tkkk hab das gesehen was ich gelernt hab ich kann jetzt meine skills mit den tasten skillen da habe ich mich übers lange vor gescheut was weil ich dabei immer aus Versehen flashe ich meine das ist das mal ernst willst du das denn hin ich will den dicken oh ja nice you touch my talala ich hab noch gar keine oh der trifft mich klart mit dem ist Junge auf Wiedersehen sauber ich dachte so warum tötest du den denn nicht und dann ist es in meinem Kopf angekommen oh fuck yeah nice 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 kill 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 nooo klart wollen wir da nochmal nachlegen ja klar da kommen wir noch dran ah da können wir noch mal zwei Freunde schauen wir uns da mal an hier lol dat flash na gut ist mit der jetzt nicht richtig klart ja bleib doch mal hier macht sie fertig macht sie fertig ah ich was ich hab die doch ignited du auch da ist grad auch ignited dabei ja immer als nützlich eigentlich ignited dabei klart wenn du dir nochmal wenn dir gern dir das musst du die tüten sehr schön ja kaum noch was machen man kann es quasi farben paschka fühle ich mich eigentlich immer sehr wohl auf der bottle ich auch ich find's ganz gut Beck klar ne ich kann auch nicht Beck das lohnt sich noch nicht ja ich geh kurz so richtig so richtig weißt du schmalzig aus dem hals ne ich kann das nicht beschreiben dieser wortlaut der kommt so richtig schmalzig aus dem hals ne wir sind froscht keine ahnung oder keine ahnung junge das macht so spaß dieses zeichen zu procken ne das klark 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 macht sonst schon verb ne dieses zeichen zu procken nicht getroffen schnapps gesoffen Fisch mit Fisch kleine Уraaaaa Ready for shit? Ja, ready Und? Let's head Glauuup es ist obra Kannst gehen Dank dir Alter, was ist denn los mit dir? Das weiß ich nicht. Jetzt kann ich den nämlich schön geschmeidig killen. Oh, schläfisch gar, dass du auch wieder da bist. Stunden später. Du hast dich jetzt voll infiziert, kann es? Was? Ja, wie mit Null noch mal. Null! Oh man, ist schon lange nicht mehr gehört, ne? Wird Zeit, ne? Ja. Ich finde es so geil, dass Cassiopeias I jetzt Mana wieder herstellt. Und, also die Kosten von dem Spell, wenn er killt, und nochmal 3%. Level 6, welches? Ja. Aber wann responden eigentlich mein, mein Blue? Guck mal, drück mal Tab. Was? Das sieht man nicht. Was? Ja, wenn du Tab drückst, dann sieht man das oben. 18 Sekunden. Okay. Oh mein Gott, guck dir die an, die so schmackowatz. Kann ich mir das lassen. Ahhhh. Du hast, brauchst du den? Lieber nicht. Ähhh. Unternehm ich ihn. Nenn du. Guts. Was? Äh. Top miss, Junge. Bullshit, der hat mich getroffen. Wurst. Ah, ich krieg das nicht geschissen, am Tower zu Lasted nicht. Harrison, fiss mal runter, dass ich den beiden mal aufs Maul hören kann. Ein bisschen. Harry, fiss? Haressen. Also, wenn du du Lux gleich kriegst, dann bin ich happy. Ey. Och, jetzt krieg ich ja keine Lasted. Ich hab die Morgana schon lange nicht mehr gesehen. Mann! Ich krieg ja keinen einzigen Lasted. Mehr. Am Tower? Am Tower sowieso nicht. Da versuche ich das und dann fangen die anderen Idioten da an anzugreifen. Shits. Aber das Dicke hab ich mir gegönnt. Das ist immer das Beste viel. Ich hab die Ulti ready. Meine Freunde. Yay. Dann ist jetzt killen angesagt. Ich komm mal runter. So, nachdem ich mal hinten war. Zack. Ohne Scheiß. Akali, Free, Elo. Was ist denn Federkleid? Das kenn ich doch. Komm, das hört sich gut an. Das ist das, was ich immer anhab. Mmm. Urst. Lecker. Findest du das Erotik? Ja. Homoerotik find ich das. Oh, Kenny vs. Benny bin ich grad am Durchballern. Einfach für Homoerotik. Jetzt kommt's. Yo. Ja, Kenny vs. Benny halt. Das mein ich damit. Ehh. 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 In hier vorne? Kennst du die Folge, ähh. First one to get a boner? Ey, Fizz kommt runter. First one to get a boner. First one to get a boner. Ja, wir laufen doch schon. First one to get a boner. Er kommt übern Trybush. Kenn ich nicht, ne. Ich nutze, glaub ich, mal den Moment. Ne, dann Fisch ist er da oben. Fisch ist hier oben. Ach, super. Aber jetzt die Lux. Die Lux. Ja, eigentlich müssen wir uns die noch gönnen. Kann ich noch irgendwie von hinten kommen oder so? Zur Sicherung? Oder kriegt er hin? Kriegt er hin, ne? Ja, bestimmt hin. Top ist wieder da. Du kannst dich eigentlich so... LOL. Ich hab genau zugeguckt. Klar. Aber Luina kann doch einfach Ulti machen, dann schiebt die doch. Das habe ich gerade eben bei Jinx gemacht. Es muss nur ein Creep da näher sein. Creep. Ein Creep. I wanna creeps. Äh, weißt du, er kommt zu ihm hin, weil er sich die... Die rennen dann halt nur in Unterbuchse rum die ganze Zeit, damit man das sofort sieht, wenn einer... Fasca, pass auf. Die ist gleich Level 6. Wenn einer den Boner poppt. Wenn einer einen harten... Harten Gono kriegt, ne? Gono. Wer ist eigentlich im Jungle? Morgana? Ja. Morgana, ja. Und dann, äh, äh, ich will nicht sagen rasiert, aber der sagt, er, äh, er kürzt sich die Beinhaare der Spenny, ne? Und dann sagt er, kenn jetzt den, ja du bist so ein fancy girl und so. Alter. Und fragt ihn, äh, fragt ihn, ob er, ob er Rockets mag, ne? Nach dem Motto, rote Rakete. Alter. Dead shopping time. Und dann sagt er, er würd gern, ihn interessiert das, ich würd gern in den Weltraum gehen. Alter. Dann sagt er, you wanna go, you wanna go to Uranus? Und dann, er wurde, und dann sagt er wirklich, I wouldn't mind going to Uranus. Was? Ja. Weil er dachte, er meint den Planeten halt ganz... Ach, Uranus, okay. Alter. Heißt du, ob er gewordert hat oben? Voll gefressen im Weltraum? Wahrscheinlich nicht. Nein. Dann, äh, holen wir den mal. Ich hab meine Ulti ready. Ganz viel Glück. Oh, ne, vielleicht hast du da ready. Hat er mir eine geklatscht. Oh, Klingel! Was macht dein, was macht die fucking Morgana in der Mitte? Äh, ganken. Pusht mal den Scheiß da unten. Wie lange geht's auch, Mann. Wer hat den denn da unten? Ach so! Jetzt hat er das gecheckt. WTF? Alter. Ja, ich wollte schon sagen. Jetzt hat er das gecheckt. Denk mich schon, warum stänkert der hier so rum? Ach, Mann. Ich würd auch tanken. Ja, okay, dann los. Bosh, Mann. Ja, okay, dann lieber nicht los. Oder doch? Jetzt, jetzt oder nie, go. Oh! Shit, kommt runter hoch. Dann lauf, dann lauf, 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 lauf. Bis zum Tower durch, Chris. Äh, Chris sag ich schon. Jo! Was? Du verwechselst im Chessi, nicht mit Chris? Ja, nennt... Den Loop im Team nennt er Chris. Ne, das war nicht böse gemeint. Sis ist wieder da. Huch, ich hab mich jetzt gesetzt. Was ist das denn? Dein Trinket? Ich kann Augen platzieren. Irre! Okay, doch, das passt. Nein, war nur ein Spaß. Ich hab wieder gelastetet, like a boss, ey. Die sieht schon schmacko, die wird noch saftig. Genau, wir sind aber auch noch immer cool. Ey, Paschka, du musst was mit deinem Mikro eigentlich los. Hast ne neues? Du klingst so entfernt. Oh! Echt? Oh! Da muss ich mich einfach am besten anders setzen. Oh, das klingt doch schon besser. Die ganz Leute nicht einfach entspannt spielen, das geht nicht. Nein! Ja, das ist das. Shit, den hätte ich mir noch holen können. Oh, jetzt waren wir das ganz hart wissen, ne? Mein Freund. Nein! Bullshit, das ist gut getroffen. Halt! Er macht dich aber nicht fertig, oder? Nein, nein. Ich müsste ihn... Wenn ich jetzt nicht übermütig werde, müsste ich... Wir müssen eigentlich nur Kontrolle haben. Zwo, eins und... Shit kommt runter. Vollgas. Ja, Fizz kommt runter. Fizz kommt über den Tribush. Hallo Fizz! Alter! I want my gold to Uranus! Ich zeig dir gleich! Oh Gott! Gein Fizz angekommen! Der ist so naiv, ne? Ich weiß noch nicht, ob er die Rolle nur spielt, aber... Das frage ich mich auch. Das ist so... Ach, keine Ahnung. Sollen wir nochmal? In 21 Sekunden ist meine Ulti-Ready. Komm, dann ganken wir den nochmal. Fizz ist irgendwo unten noch, ne? Denk dran, der ist nicht, äh... Da! Los! Rein, rein, rein! Mach du mal diesmal. Oh! Könnte da einen Tower-Hit. Scheiße! Ey, Alter! Wir waren gerade noch in dem Busch gewesen! Wir waren in dem Busch gewesen! Ja, das heißt denn... 2 Sekunden später war ne, das zweite Alpha-Hit. Ja, aber ist nicht schlimm. Kann man den Tower-Down machen, oder willst du noch ein bisschen... Einmal hat die Lux den Kill gekriegt... Lass mal da machen, dann kann ich rumgehen. Aber die töten den Tower unten. Wir töten die Tower oben. Hat Fizz Ulti benutzt? Ja. Ja, wir haben alle Ulti benutzt. Morgana Ulti, Lutz Ulti. Ja. Auch einfach alles. Dann müssen wir jetzt wohl durchpushen, ne? Ja, easy. Easy, easy. Wo wird der große Pup überleben? Schade. So, jetzt deren Red-Buff holen. Ich hab meine Ulti noch... Ja, ich hab's mal die mit. Ja, ich hab's mal die mit. 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 Ich fange an. Ich verteidige dich. Komm mal zu mir, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir schnell. Ja, wir laufen, wir laufen, wir laufen. Nimm deinen Ulti, wenn du sterbst zur Not. Ja, geh hier runter. Ja, geh hier runter. Mach Ulti. Mach Ulti. Nicht Flash Ulti. Arsch. Jetzt mach Ulti hier zu mir hin. Tu's. Okay, shit. Wollen wir die auch noch? Nope. Wollen wir die auch noch? Soll ich weiter pushen? Ach, ihr seid ja noch am fighten, oder was? Alter, der Mond läuft die ganze Zeit im Busch rum, weil er glaubt ich da auch gleich wieder auf. Ja, ich bin dabei. Ja, ich bin dabei. Ich brauch so lange. Oh Junge, ich will noch so eine Shout machen. Nein. Ah, meins. Oh, das sind zu viele, das sind zu viele. Hast du ein Ulti-Urst? Bitte? Nein. Nein, lass mich sterben. Lauf. Nein, die haben keinen Mahler mehr. Ah, okay. Wer habt ihr da oben? Das finde ich nicht gut. Das ist jetzt ungünstig. Oh, das ist jetzt echt nicht ungünstig. Ach man, schade. Das war dumm, das war cocky. Markus schuldig. Was? Was? Alter, schade mir ins Ohr. Ich sollte Schuhe kaufen, Bill, aber nicht. Na gut, ich hab... Ja, den hab ich zumindestens geholt in der Zeit. Ja, guck mal. War doch mal was wert. Der kann sich schön in die Mitte abholen, solange was dann tot ist. Klarz. Oder? Klarz. Klarz. Klarz, heute ziemlich häufig. Wenn ihr wissen wollt, was ihr heute aus sich hatten, dann müsst ihr schon das ins LP gucken. Sonst, ne? Ich hab vielleicht 200 Stacks und dann geht's ab. Da wird geklärzt. Oh ne! Was denn? Seht mir so'n Shit. Shitz. Äh... Oh, ne, warte mal. Das? Ich bin inbound. Meins, geh weg da. Du hast es provoziert. Äh... Wo, da ist ein... Was sehen wir drin? Äh... Das ist Fiss? Ja, Ulti. 5 Sekunden, ich klebe mal den pink. Ja, ich hab ulti, oder der pink. Ja, ich hab ulti, oder der pink. Da drin, wo der letzten, wo wir damals gespielt hatten, wo der auch die ganze Zeit da drin war. Ich denk hier kaum einer, ne? Bin da! Bums! Wow! Da hat sich die woanders vorgestellt. Und stirb! Da hinter uns kommen, hinter uns kommen. Akade ist OP. Akade ist OP. Wir sollen doch gleich helfen. Uh! Da hat urstes Klötzen lassen. Wir können dann gleich Bot oder Mitte pushen, oder so. Gib ihn, gib ihn, gib ihn Paschka, wir kommen! Ja, ich denke, ich denke, ich denke, ich denke, ich denke, wir brauchen wir nicht. Tower Diven. Wir müssen Tower Diven. Machen wir den Tower, jetzt komm. Warum ich? Da stehen 5 Leute und 80 Creeps. Warum ich? Weg? Weg? Ja, stimmt. Quark. Ah, die Lux macht unten Stress. Doragon. Wir haben eigentlich alles gewordet, soweit. Doragon? Ich denke mal, Morana kommt gleich. Luchs kommt zu euch, Luchs kommt zu. Ne doch nicht, die hat gewordet. Doragon. Ich hau ab. Ich laufe mit Dirty mit, glaube ich. Doch. Obwohl ich nicht weiß, ob das ne gute Idee ist. Ne, wir sollten nur umdrehen, dann kommt viel zu viel aus der Mitte, lass abdrehen. Schitz. Alter, wie er dauerhaft gesloat ist. Du musst vielleicht Ulti machen, wenn du hast. Ne, hast du nicht. Hab ich nicht. Dann machen Q nach hinten auf ihn. Alles im Fingentale steht ja nicht mehr. Ja, richtig. Guck mich mal in den Puppert. Lina, ich komm. Sorry. Scheiße, das war dumm. Lauf ein Stück weiter, Luina, lauf. Loli läuft weg von mir. Warum ist das Shopfenster auf? Ich hab's doch zugemacht. Nice. Da wollte er, da wollte er zu viel. Ich danke mich recht herzlich für diesen Blue und Red Buff, lieber Fizz. Ja, den hat er von mir. wer ist gefährlich die denken das nicht er gibt es alle gibt es alle jetzt drin ich habe die jetzt stirbt ich würde vielleicht aufhören zu denken ein komfort ihn holt ihn holt ihn holt ihn kommen 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 und jetzt hier hoch auf den fiss war der geht auf mich hat die slow krise so und jetzt könnt ihr da steht ich sollte ich denke ich denke Kein Problem, kein Problem. Okay, dann Vollgas. Ja. War schön gemacht, ey. War echt gut gemacht. Du fängst an, dass was inflationär zu nutzen. Lass uns mal hier, da steht ein Blue Buff. Will den jemand haben? Ich nehm den, auch wenn ich schon erneut. Aber nicht, wenn ich ihn zuerst kriege. Oh scheiße. Du hast einen wieder Tiger, weil ich getötet wurde von Chris und Chris ist getötet. Double Buff, Double Double, Double Buff. Oh, Jinx. 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 Wo war Jinx desu? Ist okay. Nein, nein, Urst, nein, Urst, Urst, nein. Aus. Schraub. Für den Fizzle? Für Schizzle? Wollen die denn da unten? Jurelias Ball, fast klar. Geh mal weg, ja? Ach scheiß drauf. Zu spät. Loll. 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 Warum zur Hölle seh ich diesen Ward hier? Nihihihihi. Er hat's erst fliegen gesehen. Ich weiß, er hat's fliegen gesehen und hat geschrien. Scheiße. Hier Jungs, hier Vorsicht. Das war zu göttlich. Kann ich nur drüber feiern. Oh, ich bin unterwegs. Oh, oh. Jetzt will ich einmal stiften gehen. Helft mal dem, äh, helft mal dem Daddy, der ist direkt unter euch. Nein, passiert nix. Alles im grün, alles im grün. Alles im grün. Ich bin da, wir töten ja noch. Alter, machst du ein Damage, Junge. Wisse? Äh, Mädel. Warte, warte, ich will auch noch mal ein bisschen Damage machen. Ich will, danke. Warte mal hier, warte mal hier. Nein, ich muss den Tiefheit sehen. Junge. Das ist ja mega die Komite, die wir haben. Okay, komm, ich gönn mir. Nein, 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 nein. Nein. Okay, komm, ich gönn mir, zack. Der letzte Böse Team. Kriegt ihr den Tower? Weil, ne, kriegt er nicht Schaße. Ja, ich kann gerne Tower diven und dashen. Ich will nicht, ob ich noch in der Base bleiben soll, bis sie noch Gold sind, aber wenn jetzt der Tower noch steht, ist doof. Los, holt ihn euch. Und wenn, wenn, jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt müsst ihr Fist fisten. Los, los, los. Ich muss ihn. Scheiße. Alter Mann, ich hab ihn doch angegriffen. Wieso sterb ich dann trotzdem? Das ist voll scheiße. Scheiße. Lass es mal zurück. Ich hab kein Mana mehr, Urst. No Mana, no Cry. Oh, da kommt Kram unten. Ich bin noch 140 Stacks, das ist scheiße. Ja, die haben ein Dings, äh, re-wanked. Und, äh, seit dem Remake hat die irgendwie so Stacks und damit macht die Schaden. Und cool dann Reduction und hast ihn nicht gesehen. Ganz viel hat sich geändert. Bei 400 Stacks hab ich 30% extra AP und, ja, das war's. Für Abaddons ohne AP. Ja. Das ist schon knackig, oder? Verlierst du die, wenn du stirbst? Ne, 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 ne. Ist das aber trotzdem noch mit dem Doppelschaden und so weiter? Das heißt, bei mir theoretisch ist Cassiopeia jetzt so, abgesehen von Veiger. Also bei 75, bei 75 Stacks krieg ich 5% extra AP und mein, mein E healt mich. Äh, Jungs, äh, Paschka, Paschka, Paschka. Junge, ihr, alter das Creep, der Creep Damage. Schon wieder. Ja, natürlich hab ich jetzt keinen Mana. In der Mitte. Oh! Soll ich mal in die Mitte kommen? Mach Ulti weg, mach Ulti weg, wenn du kannst. Okay, ich glaub ich zu spät. Was war das denn? Ich hab mich aus Versehen reingeflasht. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Jetzt müssen wir aufpassen. Geh da raus, Future. Nicht, dass die dich holen. Scheiß auf die Tower. Alter, wie weit das Shuriken geflogen ist. Ja, ich musste aber auch wiederum unten gegen pushen. Ah, aber jetzt haben wir den Tower verloren. Haben eigentlich, hat eigentlich das 1% Crits schon fast gebracht? Ja. Ab und zu bestimmt. Keine Ahnung. Ich hab aber, obwohl ich weniger Damage hatte, hatte ich den Eindruck, dass ich mehr Schaden mache. Keine Ahnung. Merkwürdig. Ach scheiß, ich mach nen Dragon. Hast du noch nen Ward? Nee. Hast du noch nen E? Hast du noch nen E? Ja. Mach mal. Ah, ist noch da. Sieht leer aus. Komme ich eigentlich da rüber? Sollen wir ihn schnell machen? Ah, die pushen um den Tower. Ich geh mal hoch. Vorsichtshalber. Die haben auch hier gewordet? Irgendwo? Obwohl... Ach, Blitzkrank, ich und Miss Fortune könnten schnell Dragon machen in der Zeit. Ja. Urst, die haben hier gewordet das Ding, ne? Nur zur Info. Vorsicht, Mitte. Perfekte Arbeitsteilung. So, ich möcht' mal gerade einen. Oh, da ist Mundo. Ihr habt keinen Tank da. Oh, shit. Danke fürs Retten. Ja, allein wie der sich aber hoch heilt, Mann. Ja, ein Ignite und das wär's. Aber ich hab's irgendwie nicht eingesetzt. Oh, oh. Aha. Er geht mir auf den Sack, der Film. Lass mich doch in Ruhe, du hässlicher. Ach man, ich weiß nicht wohin mit mir. Scheiße. Minions und weg. Minions und weg. Zu den Minions. Oder? Oder sie lassen einfach dich in Ruhe. Welche Minions meinst, soweit ich hingekonnt? Ja, ja. Hat die Morgana Ulti gemacht? Naja, hat sie. Aber Achtung, Fiss. Achtung, Fiss gilt ich mit einem Q. Ja, ist tot. Oh Gott. Nein. Ich wusste nicht, wo lang. Lauf, lauf, lauf. Du kannst... Okay. Creeps! Komm, ich brauch jetzt auch mal Creeps hier. Mensch. Kannst du es tun? Was hast du denn vor? Versuch es aber. Die killen dich. Du kriegst jetzt einen Q von Morgana ab. Wer will ihn füsten? Jetzt! Füsten! BTF? Was? Was? Genau das habe ich mir gedacht. Ich auch. Du hast eine Ulti zu früh gemacht. Ja. Aber dann ging die auch ein wenig mehr los und dann... Ach, kacke. So richtig so, hey Fiss, da. Free Gold. Hätte ja klappen können. Das die Morgana ist aber auch noch genauso viel. Naja. Wir lassen schon nachher mit Game jetzt gerade. Ja, ein bisschen übermütig. Wir machen hier auch. Ich kann aber Fiss nicht einfach löschen irgendwie. Dann fokussiere ich. Müsste ich dann halt vorher mit meiner Ulti fokussieren. Dann müssen wir wirklich Fiss raussnacken und dann ist der West eigentlich auch tot. Aufpassen. Bitte was, Urst? Brauchen eindeutig mehr Worts. Gerade eben war noch Worts. Ja, hat ausgelaufen die Scheißdinger. Fiss macht gerade Blue. Bist du nicht jetzt einzeln? Da hat man doch eine Chance, oder? Und los, 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 los. Ich komme nicht rüber, Scheiße. Dann creep und dann an ihn. Der Rest kommt von oben. Wir haben perfekt separiert. Weiter, weiter, weiter. Was ist Jinx? Er geht hier um. Okay, Jinx ist rausgesund. Jetzt kommt der Rest aber, ne? Ich komme? Von hier. Schön. Jetzt haben wir eine Chance. Jetzt müssen wir durchgehen. Irgendwo. Mitte, oben, unten, rechts, links, oder irgendwo, weiß ich nicht. Warte, warte. Paschka warten. Oder kannst du noch reiten? Ja, ich habe auch nicht mehr. Ja, weh. Dann müssen wir aufpassen. Jinx ist raus. Wird sich wahrscheinlich flaschen, oder? Why? Nein, nein, nein. Abbruch, Abbruch. Tänk dir. Ich kann in Tower tanken. Kein Problem. Nein, nein, nein. Ist das nicht wert. Mundo. Dann lass uns durch die Mitte, dann lass uns durch die Mitte. Okay, ab geht's. Ab durch die Mitte. Was macht, guck mal Akadi, was macht die denn? Habt ihr's gesehen? Oh, Organa, pass auf. Die hat den Waypoint nicht gefunden. Junge, jetzt, das hast du nicht anders gefunden. Anders gewollt, wollte ich sagen. Okay, Fizz ist wieder da. Wir sollten dann jetzt entweder weiter so, weiß ich noch. Hast du halt immer weg. Dann hast du 400? Ja. Echt? Das ging immer schnell. So vom Eindruck her. Das ist keine Minion Kills. Das ist entweder Minion Kills. 15 Sekunden, dann Ulti ready. Vergiftete Minions gekillt, oder? Wir sollten laufen. Wir sollten laufen, ein bisschen auseinander, dass wir pisst wirklich. Und sich irgendwie alle... Ja, vor allem, weil Cassio nicht hier ist. Was mit vergifteten Minionskills? Wenn du schon mal dabei bist, hol dir mal oben den Farm. Ja, geh mal hoch. Die Schlange. Ich würd dann mal flott weggehen, ich hab 1000. Braucht die hier, dann hab ich Schattenkling. Dann gönn die die hier. Achtung. Ja, lauf. Wir deffen dich. Die hat hier oben gleich zwar gegengt, aber egal. Ja, warte, wir können da mitkommen. Vielleicht kriegen wir ja sogar auf dem Weg zu dir. Aber Vorsicht, lass mich vor. Da ist er. Ja, da ist noch mehr. Egal, ich bin auch da. Ah, ich bin ja bei einer Falle. Oh, nee. Ah, ich war voll in der Mitte. Ich weiß nicht, wohin mit mir. Scheiße. Ah, ich hab noch Sonjas. Was? Oh, oh. Jetzt ist hier ganz alleine da drin. Scheiße. Oh, wie du dich hochhielst. Alter. Shit. Der Tower. Summa Tower. Ja. Alter. Schön. Achtung. Keine Ulti mehr. Das Ulti ging genau in mein Gesicht. Da komm ich nicht gegen. Ich hab mein Stundenglas vergessen. Ich könnt ausrasten. Ich würd rausgehen. Ich würd rausgehen. Oh, sie hat ein Last-Up noch bekommen, die Schlampe. Das war's jetzt aber nicht wert für die Jinx. Ich muss Bot-deffen. Und bis ich bei Voschka bin nicht zu spät. Alter Voschka. Die Plays. Nein. Schade. Äh. Da war Panik. Ja, wenigstens noch den Mundl geholt. Alter, das war echt nice. Der Bösewicht. Der Bösewicht? Also, ich hol mir jetzt meine letzten 39 Stucks. Und dann bin ich... Da ist Fizz. Da ist der Fizz. Da ist der Fizz. Der kommt nach unten zu dir. Ja, der kommt zu dir. Der holt dich auch sofort weg. Mhm. Der würde dich sogar am Tower holen. Ich komm einfach mal so zu dir. Der würde dich wahrscheinlich auch am Tower holen. Der lauf einfach schön immer zickzack. Und dann trifft er mit seiner Ulti nicht. Alter, was hat denn Akadi heute für Wegfindungsstörungen? Wegfindungsstörungen. Aber irgendwas stimmt echt nicht mit dir. Also, das ist... Das ist ja fast so wie Jens Navi. Oh, ich hab hier einen Fizz. Ich komme. Und noch was. Aber die sind zu zweit. Die sind zu zweit. Hier. Riech das an und rauf da. Sehr schön. Wo ist der Fizz? Oh, der ist hier runter gesprungen. Einmal weiter. Einmal hier weiter. Da ist er. Nein. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und jetzt weiter. Jetzt können die nichts mehr. Oh, shit. Wir brauchen noch, bis wir ankommen. Hier sollten wir weg. Hier sollten wir weg. Ja, aber ich bin noch hier. Los, Jungs, rein da. Oh, sie sollten wir weg. Wacht, ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Weg, weg, weg. Oh mein Gott. Das war Kacke. Komm weg, komm weg. Das war Kocki ohne Ende. Shit. Ich wusste grad nicht, ich war hin und her gerissen, ob ich da meine Ulti jetzt noch durchfeuere oder nicht. Und jetzt gehst du da alleine hin, Urs. Dann erzähl mir, erklär mir das mal bitte. Äh, Zonyas, wenn du hast, Urs. Äh, dein Stab, dein Stab, dein Stab einsetzen. Mann, der Stab. Sehr schön. Danke. Oh, nice. Ich hätt nicht dran gedacht, Marc. Nein. Shit. Gut gemacht, danke. Ich hätt echt nicht dran gedacht. Ich hab Zonyas auch gerade wieder vergessen. Holen wir uns. Aber was, der Ur ist einfach mal für'n verfickten Lebensrober. Boah. Ist der Wahnsinn, ne? Oder Zauberrumpier. Ist der echter Wahnsinn, der Zauberrumpier von dem. Der ist sofort, der ist sofort wieder oben. Zack, voll. Ist echt krass. Und ich bin soweit. Volle, wie viel AP hast du jetzt? Alter. Wie viel AP hat er? Das ist noch nicht alles. 700. Mit effektiv drei geilen Items. Also das, was ich anfangs sagen wollte, ne? Abgesehen von Weiger, glaube ich, jetzt. Kann man, glaube ich, mit Cassio die höchste AP erreichen, ne? Da kommt Fizz wieder zu mir. Ja. Ja, ich bin bei dir. Du über meine Leiche. Ah, nee. Er hat abgedreht um die wenige Mitte. Nee, nee, nee. Der geht zum Red. Der geht zum Red. Ist auch irgendwo gewordelt. Pass auf. Schön aus der Entfernung. Shit. Nein, shit. Schönes Flash. Ja, schön. Oh, oh, oh. Das überlebst du. Pachtung Ulti? Pachtung Ulti. Ich muss aber back jetzt. Hier unten, hier unten, hier unten. Die hat sich hier runtergeportet? Ja. Die ist von Dragon. Understood. Die ist von Dragon. Understood. Ich weiß nicht, was ich mir noch als nächstes wollen soll. Hier hab ich ihn gefunden. Da hab ich ihn. Okay, Urst. Ich geb mir ein bisschen Geld, ja? Bin unterwegs. Hab die Dragon gemacht? Nice. Toll, da hätte ich mir doch keine Schuhe gekauft. Also. Voll. Die Dingsboots da. Okay, Tiger. Wenn ich die noch ein bisschen im Kanten halte, kann ich einen Tower machen. Wie an Starprobleme. Wird schon sagen. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Das sah sehr schön aus. Sehr schön. Sehr schön. Ich gönne mir in der Zeit die Tower hier oben. Fizz kommt bestimmt gleich noch vorbeigucken, oder? Ach. Fizz er pusht? Ja klar. Ich bin der Farmer. Irgendwo ist der. Fizz, Fizz, Fizz gesehen. Ja, hab ich gesehen. Egal. Lock ihn so ein bisschen. Derzeit kann Fizz schön weiter pushen. Ihr müsst ihn nur umkacken. Ich werde jetzt sterben, aber es ist egal. Da hole ich mir eine Tower. Wollen wir? Wollen wir? Ich hab kein Wort. Zwei Tower. Läuft. Du stirbst! Oh nein! Das war schade. Oh nein! Oh nein! Das war das Beste. Oh nein! Oh nein! Ich will als letzte Seite mollen. Prosthammer? Was hast du? Hast du doch schon einen Armor Pen? Ja. Was? Prostata? Nee, stopp! Oder du holst hier GA, damit der sich nicht wegfistet. Guardian Angel. Guardian Angel. Prostit! Ein Prostit, ein Prostit. Not bad. Where did you go? Passt, Joe. Verraten dreht. Ria, da haben wir ja mal gefragt, ob die Leute das stören würde, wenn wir rolpsen. Haben wir echt gefragt? Rolpsen. 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 Die Antwort war bestimmt nein. Nee, das hat keiner geantwortet. Also heißt es ja. Also nehm ich das als ja. Das war burn machen. Wir machen den in 10 Sekunden. Burn. Burn. Warte, wir müssen jetzt erst fighten. Fääh. Fääh. Wartet noch auf meine Ulti. Ich komme, ich komme. Ich habe ernsthaft 800 Laufspeed, wenn ich mit Homeguards aus der Base rausrenne. Ist schon knackig. Okay, die haben hier ein Mord drin. Das bringt nichts. Aber. Also der. Okay, was machen wir jetzt mit dem Fiss? Der wird auf jeden Fall auf Luina gehen. Wie kriegen wir das verhindert? Der Fiss wird gefisst. Jetzt. Da ist Fiss. Da ist Fiss. Da ist Fiss. Habe ich. Das hat aber gedauert mit der Ulti. Meine? Ne, mit Malfite. Okay, wir haben den Teamfight, glaube ich, gewonnen. Ich brauche die. Ich brauche die. Paschka, du bist da. Ne? Du weißt schon. Wo ist die? Schade. Ich wollte jetzt endlich mal einen Penta machen. Das war Le Triple. Ja. Ich habe mein Sonja benutzt. Die sind einfach weggelaufen. Es wäre ein Penta vielleicht gewonnen. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Ja. 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 So, nach dem gehen wir. Wir holen noch oben den in den Hibbytorn und gehen wir weg, ja? Ja, ich glaube dafür ist noch nicht mehr das mehr viel. Ja, ich glaube das reicht. Fiss kommt nämlich noch. Trust me, I have heal. 4 Sekunden. Bis Fiss. Mit Homeguts. Verriss dich da. Ey, lass weggehen echt. Mhm. Es ist nicht wervoll. Wenn die jetzt dran kleben bleiben, dann ist es... Halt da. Guck mal die Slow-Felder! Slowception! So, I heard you like Slows. ja ich komme kein problem doch nicht was ist denn da angesprungen gekommen aber ich gebe kein geld mehr aber wir können hier wenn der ost auch ankommen können wir da schön tatsächlich als er der willst immer noch wissen dann fest habe ich die rache war schön der kann ja echt gut pielen da ist noch wer morgana bekommen alle fach kann du bist wieder alleine ja die sage ich nur morgana jinks ist auch noch dazwischen bin dran jetzt könnte die aufwisten du kannst ich möchte eigentlich noch mal kurz shoppen dann habe ich voll item richtig möchte ich möchte ich möchte das heißt ich weh mach jetzt aber ich habe kein mal ausgehen ja ich bin auch da ich habe noch damage bin jetzt auf dem weg ich mache aber lieber unten erst mal den tower hier ja endlich zwar nicht schaffen aber das gibt kohle ich habe noch ein red bar guck mal wie das abgeht hier wie schmidskatze mit schmidskatze wir hätten noch warten müssen genau jetzt ja eine sekunde passiert ich war noch genau eine sekunde lang bekommen egal geld hat gereicht lass mich shoppen ich habe 4000 kohle aber ich muss sagen kohle 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 im mitgame verkack ich obwohl da gebe ich akali am stärksten ist also das ist ja hallo ich bin early ziemlich stark und würde alle sagen da ist die schwach aber later mit game bin ich scheiße also nicht zufrieden da muss ich noch gucken mich nachher du lauf behindert was jetzt da muss ich mal gucken ja war das absicht ach so und nicht bewusst darauf angespielt nein ich meine ernst ich weiß noch mit upgraded ich glaube ich bin zu grüten in vielen situationen und habe es halt noch nicht raus von schrout und wohin und so mein körper ist bereit und am dragon marco kaffee jetzt an die warte wo bist du denn wir laufen nicht mehr da sind wir sollten jetzt nicht falten paschke eigentlich wartet und zu dritten da sind fünf gegner das abhauen und ihr braucht nicht los lauf 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 erst mal disengagen komm jetzt wollte mir auch verarsche hier steht ein wort drin ja deswegen ja am besten bleibt luina echt hinten bis bis rein springt und jemand anders versucht zu kennen und dann kommt sie rein dauert dann noch ganze drei sekunden so wieder wer die ist ja hier gemacht mit max ja ist eines der dauernden bin ja lümmel hier sind schon wieder so in meine richtung schätzt also wie ich einfach nur ein leuchtender ball bin also aber ich habe er ist tot alter ja ich komme rein ja der ding ist der munde soll uns raus hatte ich muss den kosten sehr schön das war die die das hätte ein pender sein können bei mir diese ich bin auch immer noch pender jungfrau ich habe schon ins essen gefickt aber wir können auch gar nicht weiter angreifen baby ist das stimmt schützt das ist so ein spiel das macht spaß und es ist schade wenn es vorbei ist warum ich wieder jeder aber ich muss es sein wie lange überlebt hast und damit bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal